Musik Alle, die an Zeichen Steinbock geboren sind, merken, dass sie seit längerer Zeit in dieser Umbruchsphase sind, dass Veränderungen kommen und dass auch im Jahr 2015 solche Umbruchsphasen und Veränderungen immer noch da sein werden. Es ist wichtig, dass man diesen Veränderungen und dem Neuen, das kommt, einfach auch vertraut und dass man dort drinnen wie neue Kraftquellen erfindet. Steinbachgeborene müssen im Jahr 2015 immer wieder das Leben neu ordnen und neu strukturieren. Falsche Vorstellungen oder Erwartungen zurücklassen, loslassen und offen werden für Neues. Auch Normen und Regeln, die man kennt und meint, es ist richtig, durchbrechen und offen werden für Neues. Der Jahresteep für alle, die im Zeichen Steinbach geboren sind, ist das Leben vorwärts und nicht rückwärts leben. In diesem Sinne ein positives 2015. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2'500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und, und, und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahn-Ausfahrt Bad Ragaz-Nord.